Theo erzählt. Ein Kinder-Podcast. Hoi zusammen. Hallo miteinander. Heute erzähle ich euch über das Eichhörnchen. Ja, sag mal Theo, hast du denn schon mal das Eichhörnchen gesehen? Sogar schon mal in der Stadt. Ich bin mit meinem Opa und Emilio spazieren und dann sind wir an einem Wald vorbei gekommen. Dann kam es abseits an ein paar Bäume und dann hat der Opa gesagt, schau mal, dort oben bewegt sich ein oranger Schimmer. Dann habe ich gesagt, aha, es ist glaube ich ein Eichhörnchen. Wo findet man denn Eichhörnchen? Wo kann man die entdecken? Im Wald. Und in welchem Wald? Wo es viele Laubbäume hat? Oder Tannenbäume? Tannenbäume. Wieso denn? Meistens in der Tannenwelt. Oder in der... Wo es viele Eichhörnchen hat. Anhand von was kann man merken, dass es in diesem Wald Eichhörnchen hat? Wenn ein Tannenzapf nachknabert ist. Weil ihre Nahrung ist von den Tannenbäumen, hat sie an den Ausseren Ästen hat es Knospen und darum klettern die Eichhörnchen ganz oft an den Ausseren Ästen, obwohl sie ganz bügig sind. Am Eichhörnchen macht das nichts aus. Wenn es mal schwierig wird zum Klettern, streckt sie ihren Schwanz, streckt sie ihren Schwanz aus, führt eine Balance-Stange. Nehmen wir mal an, es ist auf dem Baum oben und jetzt will es unbedingt zum anderen Tannenbaum über, weil es dort eine feine Zapfe hat. Was macht es denn? Ihr Schwanz ist ein ganz wichtiges Werkzeug, so wie bei den Elefanten der Rüssel. Was macht nämlich der Schwanz? Welche Funktion hat er für das Eichhörnchen? Er kann damit sehr gut balancieren. Also wenn es von Baum zu Baum springt, dann hilft der Schwanz mit. Mhm, es muss eine Balance halten, wenn es zu Baum zu Baum springen will. Was kannst du denn zum Fell vom Eichhörnchen sagen? Es hat drei verschiedene Fellzeichen. Im Winter hat es an den Ohren Büschel wie einen Lochs. Und im Sommer sind die Grasbüschel weg und es ist ganz hellrot. Und in der Pahrungszeit wird es ein bisschen düncherer. Und dann sieht es ganz schön aus. Wo wohnt denn das Eichhörnchen? Im Wald. Aber wo genau? Kobbel. Also Nässt heisst Kobbel? Mhm. Und was frisst das Eichhörnchen? Alles was Schalen hat und Tannenzapfen, Knoschpen, Pilze. Auch Pilze, die für uns Menschen giftig sind, hat es Eichhörnchen genauso gleich gegeben wie Steinpilze. Wirklich? Mhm. Was sind denn Feinde eines Eichhörnchen? Hab ich den grössten Feind des Eichhörnchen ist der Baummarder. Und der kann am Eichhörnchen genauso gut nachklettern. Was macht ein Eichhörnchen für ein Geräusch? Äu! 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 Hey Theo, danke vielmals. Haben wir einiges über das Eichhörnchen erfahren? Tschüss, das war das von dem Eichhörnchen. Und ich freue mich, dass wir ihn gelesen haben. Bis zum nächsten Mal. Theo erzählt. Ein Kinderpodcast. Untertitelung des ZDF, 2020